Leverkusen spielt es schon ein bisschen anders, haben noch mehr diese Attitüde einer Spitzenmannschaft, völlig zu Recht auch, spielen noch ein Stück abgeklärter, haben eine unheimliche Qualität über die Flügel, wo sie immer wieder auch versuchen Flügel zu überladen, dann mit Bailey, mit Brandt, mit Bellarabi, wenn er spielt, unheimlich schnelle, dynamische, aber auch kreative Spieler. Das letzte Mal war ja auch ein Viertelfinale damals und das ist aber nicht mehr vergleichbar, die Situation. Ich habe das ja auch schon in anderen Zusammenhängen gesagt, das ist auch nichts, worauf wir uns beziehen. Worauf wir uns schon beziehen ist natürlich auch gegenüber der Mannschaft, dass wir als Werder Bremen ein Verein sind, der auch eine gewisse Pokaltradition hat und dass das einfach ein Wettbewerb ist, der für uns eine sehr hohe Bedeutung hat und wir da das Maximale erreichen wollen. Ich persönlich mag das sehr gerne, weil du weißt einfach, Dienstagabend weißt du, was Sache ist und dann musst du nicht mehr interpretieren oder irgendwas, sondern entweder du bist weiter oder nicht und darum geht es am Dienstag, um nichts anderes.